Die Deutsche Reichsbahn hatte einen eigenen Kraftverkehr, also wo Omnibusse und Lastkraftwagen unterwegs waren, meistens im Auftrag der Reichsbahn. Und dort hatte ich dann als Lastkraftwagenfahrer gearbeitet und bin kreuz und quer durch Ostdeutschland gefahren mit dem Ding. Unter anderem auch auf Transitstrecken, also das waren die Strecken zum Beispiel West-Berlin-Hannover, was gab es noch, nach West-Berlin-Hamburg. Am Anfang gab es ja da nur eine Fernverkehrsstraße, später in 80er Jahren sind Autobahnen gebaut worden. Oder über Leipzig, genau Hermsdorfer Kreuz, nach Erdeshausen, nee, war das Erdeshausen, ist egal, also Richtung München. Und irgendwie hatte die Stasi das mitbekommen, weil ich schon, ich war in der Maschinerie schon drin, der Stasi, wurde also schon beobachtet. Nach der Wende habe ich dann, als ich mal in den Unterlagen meines Vaters heimlich nachgesehen habe, gesehen, dass also mein Vater auch schon sehr frühzeitig, nachdem er aus der Partei ausgetreten war, von der Stasi absolviert wurde. Und das hing sicher damit zusammen. Aber wieso die ausgerechnet darauf kam, dass ich für die Stasi arbeite, ist mir ein Rätsel. Ich war ja eigentlich ein unsicherer Kandidat. Und die erschien also mehrfach in diesem Kraftwarenbetriebswerk der Reißbahn und haben mich dann zu Gesprächen geholt. Später habe ich auch in meinen Akten gelesen, dass also der Kaderleiter und mehrere andere leitende Angestellte in dem Werk mit für die Stasi gearbeitet haben und auch über mich ständig berichtet haben. Und dann wurde ich noch zu, wie nannten sich diese Treffen, illegale Treffen, nicht. Es gab solche Orte, wo sich die Stasi mit Leuten konspirative Treffs zu so einem konspirativen Treff bestellt. Da bin ich noch einmal hingegangen. Da wurde ich wieder gefragt, sie fahren doch hier die Transitstraßen und sie können unserer Deutschen Demokratischen Republik einen ganz großen Dienst erweisen, indem sie auffällige Sachen, wenn zum Beispiel ostdeutsche Lkw-Fahrer sich mit Westdeutschen unterhalten oder wenn sie verdächtige Geschichten beobachten, wenn Bürger in Westautos einsteigen, dass sie darüber Meldung erstatten. Ich habe gedacht, nee, das mache ich nicht so was. Wer das Land verlassen will, der soll auch die Möglichkeit haben, das Land verlassen zu können. Und ich habe dann sofort, das ist wahrscheinlich das Richtige gewesen, was ich gemacht habe, ich habe das also meinen Eltern erzählt. Ich war ja sehr jung, ich bin wahrscheinlich damals 23, 24 gewesen oder so. Ich habe das meinen Eltern erzählt und habe das vor allen Dingen auf Arbeit allen Kollegen erzählt, die ich irgendwie getroffen habe. Also hier passt mal auf, die Stasi hat versucht mich anzuwerben. Ich habe das nicht gemacht, ich habe das abgelehnt, ich will das nicht. Und da ja einige dieser Arbeitskollegen auch für die Stasi gearbeitet haben, ist das natürlich sofort durchgestellt worden. Und später habe ich dann in meinen Unterlagen gefunden, dass der Kontakt zu mir abgebrochen wurde, weil ich Geheimnisverrat begangen hatte und ein unsicherer, schwarzhafter, aufmöpfiger Kandidat bin und für die Zusammenarbeit mit der Stasi nicht in Frage komme. Damit war das beendet, habe ich dann auch nie wieder was in dieser Richtung gehört.